So Leute, willkommen zum nächsten Part von Link's Awakening! Ha! Oh! Huhu! Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle acht gesunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Wind für dich aufwacht und du, Kukulin, von jeder verlassen kannst. Geh' nun zur Durstwüste, die schwarzen monströsischen Einwohner der Müste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur, Huhu! 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 Wart auf! Egal! Ja! Dann werden wir uns jetzt wohl direkt dahin begeben. Die ganzen anderen Nebenquesten kann ich ja immer noch so machen. So, ich meine so, dann geh' ich hier lang. Und auch nicht! Huhu! Okay, jetzt geh' mal hier lang. Da doch mal oben. Ich war, glaube ich... Hopla, pardon! Da war der Kakao jetzt gerade, der mir wieder aus dem Hals geflutscht kam. Ich wollte doch mal kurz, ähm... Jetzt, wo ich die Pikachu-Stiefel habe... Oh, ne, das war falsch! Ah, hau ab, du! Krank... Krankes Wesen! Irgendwo war er doch, ähm, diese... Honigwabe... ...die ich mir gerne holen wollte. Zordorf! Ja! Ah, 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 ah! Aber was sehen meine Augen hier? Kann ich hier... Gut, ich kann hier normal durchlaufen, ohne Befürchtung, dass ich hier gleich absaufe. Kann ich jetzt auch dann mal eben die Pegasus-Schuhe nehmen und dann hier rein rennen. Oh, nicht schlecht, ne geile Abkürzung, ja. Okay. Ja, komm, muss ich auch rüber mal hin? Ah, hau... Au, ab, du! Mensch, geh doch weg! Na, toll. Und es war alles Sack... Na, ähm, äh! Mann, ey! Will ich dich hinschauen, Junge? Oh, bloß ab, ihr... Krankenmakrelen! Da, da, da... Mhm, mhm, mhm... Okay. Bin ich denn jetzt hier? Das gefällt mir nicht, Juchi-Bin. Ähm... Ich glaube, ich gehe nochmal ganz zurück. Ich bin nämlich, glaube ich, wieder zu voreilig, wieder dahin, wo ich nicht noch gar nicht sein sollte. Ah! Gehe ich wieder. Ja, alles klar! Mann, ey! Kurve! Ja, toll. Ich wollte eigentlich auch runtergehen. Da, 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 da... Boah, was machen wir denn hier? Willkommen im Zurdorf. Okay. Ich bin zwar... Es ist zwar gut, dass ich jetzt schon hier bin, aber ich fühle mich immer noch zu früh. Ich fühle hier. Weil ich gerne noch die Honigwabe gerne holen wollte. Die werde ich mir jetzt auch mal eben schnell holen. So ist es mich nicht. Wo habe ich die... Wo war die Honigwabe denn? An welchem Baum zum Geier? Kann ich die Karte da nicht anzeigen, wo er sich das befand? Da war die Tür. Da war der Uhu. Was machen wir denn hier? Richard Zwiller. Haus an der Bucht. Zwergenbucht. Zwergenbucht. Was machen wir denn hier? Bananenhändler. Okay. Hier kann man wenigstens nur ein paar Dinge finden. The Rides House. Das ist der Photoshop. Shop, shop, shop. Da ist noch ein Shop. Wie viele Shops gibt es? Ach, ich glaube, der Hexenshop. Ja, genau. Und da war er, der Fotografen. Aber was war denn hier für ein Shop? Hexenhäuschen. Geierweilis Performhaus. Okay. Ich könnte ja auch in der Laufe der Zeit mal kurz mal zum Ratte mal gehen. Und wenn wir mal die Bilder angucken. Weil ein Bild hätte ich gerne mir mal angeguckt. Der Bild hat mir den Richard. Weil das hätte ich jetzt mal gern gesehen. Obwohl er ja nicht gezeigt, wo er mich fotografiert hat. Ja, also mal die Uhr. Boah. Badum, die Sch. Wo ist diese verdammte Honigfarbe jetzt denn verdammt nochmal? Mensch. Jetzt renne ich aber ein bisschen. Ah, warte mal. Ich glaube. Ja, ich glaube, ich finde sie gleich im Moment. Malalala. Töp, 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 töp. So. Die müsste mal langsam. Oh, ja. Lass mich gerade jetzt auch wieder wegsparen können, ne? Ja. Nein. Da ist schon mal ein Teleporter. Ich rede jetzt ja wie mit Leuten. Die Gegend. Aha. Hi, Link. Ein schöner Stock, den du da hast. Leistst du ihn mir mal kurz? Na ja. Wer damit. Hey. Das ist mein Job. Okay. Plötzlich hast du statt eines Stocks eine Honigfarbe. Tja. That's the deal. Hey, warte mal. Kann ich den... Oh, schade. Ich hätte gedacht, ich könnte den zertrümmern. Du durfest jetzt mit dem Bogen noch. Den bräuchte ich mal langsam. Aber ich habe noch keine... Nicht genug Rubine. Soll ich mich vielleicht doch klauen? Ich will da gerade echt noch überlegen. Aber das ist jetzt auch wieder doof. Da kann ich aber nicht mehr in den Shop. Die nennen mich dann alle Dieb dann im Dorf. Und ich kann ja nie wieder in den Shop dann rein. Und ich will jetzt nicht unbedingt jetzt da sterben im Spiel. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt auch so mit dem Ending so ist, wie bei den anderen Links dabei klingt. Denn die normale Version... Das ist ja gut. Jetzt gehe ich nochmal hier lang. Na ja, wird... Weg da, ihr Schweine. Wo war jetzt der Weg? Da ist das Zordorf. Genau, da wollte ich ja hin. Platz da. Freie Bar mit... Ja, willst du mich veräppeln? Ja, genau. So, hier runter ging es zum Zwergendorf. Wir kommen im Zordorf. Gehen wir mal hier lang. Ulkige Musik. Gehen. An so einem Tag könnte ich ein Lied vom Marien vertragen. Okay. Die Durstwüste. Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Ah, ich glaube, ich ahne, was ich machen muss gleich. Ich hätte da so einen Verdacht. Stimmt, ich bin Krokodilius. Die nächste Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet. Aber so scheint mir nicht besonders... Die Virendatenbank wurde aktualisiert. ...nicht besonders kunstinteressiert. Ich musste gerade was rauskarten. Mein Abbas hat sich gerade eben mal... ...mal die Freiheit genommen, mir mal wieder mitten in die Aufnahme reinzubrüllen. Ich hasse das, ey. Hau ab. What? Hau ab. Hau ab. Dickes Nilpferd. Was, was? Hört nicht frech zu mir. Ah, hier. Da. Was ist davon? Hey, wusstest du schon, dass Zoodorf und Mövendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es in Mövendorf einen Traumtempel mit einer XXXX geben soll. Hm, ob das wohl stimmt? XXXX? So, und hier. Hm, du hast noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich gar nicht. Hm, über Hippikus würde ich mich schon freuen. Pff. Kann man auch sich einstellen, ey. So, was haben wir hier? Hier, hier ist auch nichts. Es sei denn. Hap, dab, dab, zack, zack, nichts. Oh, was haben wir hier? Kann man da reinjumpen? Kann ich da vielleicht was rein? Nee, noch nicht. Wegen all dieser Ungeheuer komme ich nicht ins Mövendorf. Hoffentlich geht es Marien gut. Alle reden sich über Marien. Hm, hm. Ach, guck mal. Das dicke Bär. Hallo, ist das etwa eine Honigwabe, die du da hast? Genauso eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Hm, ja. Gerne. Du hast die Honigwabe gegen eine Honigwabe gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Njam, njam, njam. Nun, dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und verspält den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marien es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Nee, nee, nee. Okay. Dann werde ich das mal machen. Da, 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 da. Dann werde ich mal. Und wegen all dieser... Ja, kenne ich ja schon. Ja, ich weiß doch schon Bescheid, Kumpel. Ja, und da ist eine Sackgasse. Äh. Komme ich hier lang? Oh, ein Teleporter. Wunderbar. Eingang zur Durstwüste. Ja. Schlarichs. Marien, Marien. 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 Ja. Das ist jetzt doof. Jetzt kann ich... Ah, warte mal. Da ist ja was. Eine Bum-Bum-Wand. Okay. Das sieht mir wieder sehr nach... Das sieht mir sehr, sehr eigenartig hier wieder aus. Forschung von der Wind. Äh. Von wegen. Ich gehe hier lang. Oder auch nicht. Das ist ein Scherz, oder? Wie soll ich denn da rüberkommen? Okay. Ah, warte mal. Mhm. Mir fehlt was auch. Und ich bräuchten könnte. Das weiß ich nämlich. Und das habe ich noch nicht. Das brauche ich. Das muss ich mir noch besorgen. Ah, damn. Oh, ja, genau. Schub mich runter zur Strafe. Ich hab's gar nicht anders. Mann. Oh. Gut, Mann. Ah, ey. Dab, dab, dab. Eck. Okay. Das heißt, ich müsste jetzt wieder zum Möbendorf düsen. Das heißt, ich müsste jetzt den ganzen Weg gleich wieder rennen. Oh, Gott. Wollte ich aber nicht aufnehmen, glaube ich nicht. Ich werde, glaube ich, da werde ich mal, glaube ich, einen Cut machen, dann. Das muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier den ganzen Weg aufnehme. Ja. Ach, guck mal, wir haben... What the hell? Waaah! Waaah, waaah, ich geh jetzt mal hier rein. Tu, tu, ja, hier Ulriera. In der Durstwüsche, welche im Südosten der Insel liegt, wirst du etwas finden, das man den Wunderschlüssel nennt. Muss ich noch deutlich werden? Tschüss. Ah, Mann, der heißt ja gut. Ist ja kein Teleporter hier, der mich ein bisschen schneller hinbefördert. Aber das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier den ganzen Weg rennen muss. Oh, Brücke. Haben wir ihn hier. Unterbrücken, Geheimnisse, lange Leben. Okay. Ist da wieder bei dir unter den Füßen wieder was? Ja, what the fuck? Ah, Zaubermuschel zum Beispiel auch. Frag mich aber nochmal, woher da nochmal wieder ein Zaubermuschel immer war. Da muss ich auch nochmal überlegen. Da war doch irgendwo, muss ich da nochmal hin und die Zaubermuschel hinbringen. Arrrrk! Straft mich alle, das tut doch weh. Ja, Leute, ich werde das jetzt aber nicht machen. Ich werde versuchen, nichts Besonderes jetzt hier anzurühren. Ich werde da mal beim nächsten Part... Ich mache auch der Kipp Part Ende. Und wir sehen uns dann am nächsten Part im Ambulwendorf dann. Also, wir sehen uns. Das ist der Kipps. Vielen Dank.